Ich finde, das Dienstmüllchen braucht meine Gehaltserhöhung. Nein. Es kann ja vielleicht sein, dass sie auf anderen Burgen viel mehr Leute dafür brauchen, für den Dienst, den sie verrichtet. Aber wir haben kein Geld mehr für sie, um noch ein paar zu machen, ihren Lohn. Ich finde aber schon. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Was ist das? Geisterscheibe. Was ist jetzt hier nicht die Küche? Ja. Oh, ich will nicht die Küche mehr. Ach, sind Sie, ich will, dass Sie nicht die Küche haben? Ja. Stimmt. Ähm. Wir leben es nur noch, oder? Anscheinend schon. Fühlt sich zumindest so an. Was ist denn passiert? Was ist mit mir passiert? Ähm. Der König hat sie umgebracht nach einem Heftigen Schreit. Oh ja, stimmt. Vielleicht müssen wir uns an ihn richten. Ja, aber ich glaube, also ich habe es so erfahren, zumindest es geht nicht verlehrlich. Ja. Ja. Wir können ihn erschrecken. Ja. Und dann mit einer Taschenladung zum Beispiel. Ja, stimmt. Okay, darfst du mal passieren. Wir müssen zurück. Okay. Wir müssen zurück. Okay. Wir müssen zurück. Okay. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Oh ja, es war sehr lecker. Es muss noch fixate. Herr, sie kann das doch ein. Mmh. Ja, ich bin immer wieder. Ich kann das doch. Okay. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020